Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Video von mir bei Power Simulator. Und da gibt es einen Superhelden. Deswegen habe ich hier jetzt auch den Captain America schütt. Und jetzt muss ich halt dringend. Ich habe da noch einen Switch mit dem Spiel. Okay, dann kann ich auch immer Stopp machen, um das zu lösen. Okay, dann können wir springen, dann können wir auch re-springen und laufen. Jetzt gucken wir mal in den Kuss. Okay, dann wird das dann. Das müssen wir machen. Guck mal, da kann ich mir weinen schon ein bisschen. Ihr habt euch immer Roblox gewünscht. Jetzt habt ihr Roblox. Roblox. Ja, da ist es nicht leer. Roblox. Roblox. Woah, geil. Wir haben dich gesehen. Wir haben dich nicht gesehen. Ich bin jetzt in 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10. Wir haben dich jetzt ¡Jubli hat euch direkt! Ja, ich bin wieder da. Krass. Ja, ich muss noch neun machen. Kann man mal schneller machen? Ja. 3 4 6 7 7 8 8 9 10 10 11 13 15 Ich kapier's nicht. Helps. Was mach ich? Okay, noch fünfmal Punchbowl. Eins, zwei, drei. Noch drei Mal. Ich habe nichts, ich habe nichts. Gut, jetzt noch. Noch vier Mal, komm schon. Zwei, vier, eins, und, 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 hallo? Zwei, Mann, komm, du schaffst das, okay, so, grüßen, jetzt gehen wir zu ihm. Ich schütze eine Karte. Okay, hier kann ich schneller mal eine Geschwindigkeit machen mit fünf plus. Ich bin jetzt schneller, kann ich sagen. Und, kann ich irgendwo auch noch was anderes machen? So, okay, jetzt hab ich keine. Was soll ich jetzt machen? Hm. 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 Ich kann viel zu fliegen, wie immer noch nicht. Was soll ich machen? Okay. Jetzt hab ich die 20 Ecken, die Türen und so. 20 Ecken. Ja, da muss ich. Ja, da muss ich. So viel ist. Ist doch. Ja. Ja. Kann uns bringen. Aber einfach. Ja. 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 Okay. Okay, okay. Also wir werden zum Superhelden und ich bin grad in Deutschland angekommen, also in der Nacht war ich eigentlich schon da, um 4 Uhr nachts. jetzt ist es 12 43 heute kommt noch ein ps4 livestream so um 16 uhr nicht schlecht kind ich bin kein kind ich habe ich ja gar keinen bock auf dich machen okay ich muss jetzt sich machen also ich möchte die arena irgendwie sichern keine ahnung was er damit so was hundert alles klar ok dann mache ich kurz mal eine pause leute wir sind gerade bei der hälfte und wir müssen noch 50 machen dann kriege ich 50 coins ok wir sehen uns wieder wenn ich bei 90 bin so leute wir sind bei 90 angelangt gebrauchen also jetzt sind wir bei 93 94 95 95 95 jetzt schauen wir noch 3 98 99 und 100 ok jetzt können wir die kürze stetigen so und bitte nicht wundern dass ich melden king mk unterstrich youtube heiße früher habe ich mich immer melden king genannt weil ich so ein harter chaos flow fan war jetzt nicht mehr also jetzt nicht mehr so hart weil ich jetzt selber youtube machen also früher habe ich ihn nur geguckt jetzt noch manchmal und ich weiß halt nicht wie man den namen in deutsch ziehen wenn ihr es wisst könnt ihr es mir sagen so jetzt muss ich 500 und 150 und 150 punch machen wir aber in der nächsten folge ich hoffe es hat euch gefallen und was machen sie da draußen man warte warte mal ich guck mal was wir machen was machen sie alles klar die fliegen da rum und kämpfen ja ok leute das war's mit dem video und tschüss 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 tschüss